Herr, lehre doch mich, dass ein Ende mit mir haben muss und mein Leben ein Ziel hat und ich davon muss. Siehe, meine Tage sind einer Hand breit vor dir und mein Leben ist wie nichts vor dir. Ach, wie gar nichts sind alle Menschen, die doch so sicher leben. Sie gehen daher wie ein Schemen und machen ihnen viel vergebliche Unruhe. Sie sammeln und wissen nicht, wer es kriegen wird. Nun, Herr, wes soll ich mich trösten? Ich hoffe auf dich. Der gerechten Seelen sind in Gottes Hand und keine Qual rühret sie an. Der gerechten Seelen sind in Gottes Hand und keine Qual rühret sie an. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Amen. 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 Amen.